Musik 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 Uns fehlt doch ne Spur Es ist eigentlich auch noch besser so schief Uns fehlt doch ne Spur Uns fehlt doch ne Spur Uns fehlt doch ne Spur Das macht den Film besser finde ich grad so Uns fehlt jegliche Information Psss Musik 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 Also, das ist der Pauker, der spielt den Bass bei Max Herre in der Band und zwar nicht irgendeinen Bass, sondern einen sensationellen Bass und tanzen, das kann ich auch noch sagen. Tanzen tut er auch noch. Das ist der Philipp Niesen, mein Freund und Kupferstecher, er spielt Gitarre bei Max Herre in der Band. Wir bilden zusammen die Fraktion der Gitarrenhälse im Center Stage, kann man so sagen, wir flankieren Max von rechts und links und allein die Tatsache, dass wir sozusagen die langen Saiten zupfen als einzige in dieser Kapelle, kann man so sagen, haben wir natürlich eine spezielle Verbindung auch, das möchte ich wohl meinen. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Oh, so beautiful Things of my pretty saving Oh, so beautiful Halle Deutschland Halle, Halle, Halle Jena, Halle, Halle Jena, Jena, Jena We love you, guys! The people of the world! Rap ist, wenn du dein Ding machst und hinkriegst und im Takt der Syntaxen Sinn gibst. Rap ist, dicke Hose an, man. Mit dem Hose, der war ein Fan.